jo Leute was geht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fall Guys zu Folge 2 mich freut es mega dass die erste Folge so gut bei euch angekommen ist deswegen gibt es ab jetzt erst mal täglich um 16 nein täglich um 15 Uhr täglich um 15 Uhr eine Folge Fall Guys ja und es geht los mit Torhunger okay Torhunger ist eigentlich ganz geil bis aufs Ende das ist belastend ich schwöre ich träume von dieser Musik am Ende und ich träume auf jeden Fall auch von der Krone auch endlich eine Krone ich brauche sie einfach ich habe neun Skin ja ich habe den mit Smart angepasst oh das wird nicht gut das wird ich wusste oh Gott ich bin ja so ein Lack gerade gehabt oh 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 ich gehe hier lang oh Torhunger Leute komm runter jetzt die hat ja ewig gebraucht egal hier am Anfang ist nicht so schlimm nein okay jetzt wird's tricky komm ja sehr gut okay qualifiziert als 17 16 glaube ich sogar kann man machen ich will den Pferde skin ich will unbedingt den Pferde skin wir haben heute im Stream gespielt hat Spaß gemacht Runde schon vorbei was ist krass alles 42 qualifiziert hat Spaß gemacht im Stream mit euch machen wir jetzt öfters den Leuten hat es auch gefallen dezent laut auf meinen Ohren so ihr wisst ich bin auf der Jagd nach der Krone und wir gucken wie weit ich schaffe diesmal wie immer drei Versuche außer wir schaffen es natürlich beim ersten was leider nicht glaube komm gibt was Gutes was Gutes Schnellbahn Och nee Schnellbahn ist nicht mein Modus zwei Runden Ah das ist nicht mein Modus Okay der Skin da ist auch geil nun gibt es voll viele coole Skins ich habe zwar voll viele noch von früher aber ich hab jetzt auch gar ein paar von dem neuen vor allem den Pferde skin tän 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 ja ich starte Relativ weit hinten hab ich Recht ja das war ja wieder klar das war ja wieder klar hoppa hoppa ja man so muss das hier den Part kann ich inzwischen Zack 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 dann hier durch Bämts 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 inzwischen ein paar gute Wege hier auf der Map. Das hat auch geklappt, das hat auch geklappt. Und dann mit dem Boost nämlich hier lang. So, und dann... Oh, das war ja so ein Lack. Oh mein Gott, den hier meine ich nämlich. Wenn man den Boost kriegt, dann hier hinten rum. Oh Gott. Okay, ich hatte gerade... Nein, ja, war ja klar, dass jetzt irgendwas schief gehen muss. Ja, okay, dann unten, dann gar kein Problem. Ich bin Erster einfach. Oh mein Gott. Einfach Erster. Bams. Boah, das läuft hier, Leute. Okay, das hätte ich nicht sagen sollen. Oh mein Gott, ich bin halt einfach echt Erster, ne? Leute, ich hab dazugelernt. Ich hab ein bisschen geübt jetzt im Stream. Ne? Das wird. Das wird jetzt hier. Ich kenn die Wege inzwischen, Leute. Ja. So nämlich. Das wird ja so ein verdienter erster Platz, wenn ich jetzt nicht mehr verkacke. Oh Gott. Okay, an dem Boost einfach oben drüber ist auch kein Ding. Und jetzt hier oben lang. Zack. Oh nein. So kurz wurde die Linie noch auf den Schlüssel gefallen. Erster. Easy Game, Leute. Ich sag's euch. Das hab ich langsam drauf hier, diesen Spielmodus. Den kann ich. So. Raus mit euch. Raus mit euch. Wie viel sind wir noch? 24. Okay, why? Mal gucken. Ich bin mal gespannt, ich werde nicht kommen hier, ne? So, gib mir einen guten Modus. Jetzt was Geiles. Jetzt was Geiles. Das würde ich fühlen. Oh, nicht Sprungclub. Nee. Nee, das will ich nicht. Wisst ihr, es fing so gut an und dann kommen hier diese Spiele, die ich nicht kann. Und ich gebe jetzt, ich werde mich jetzt so konzentrieren, ja? Ich werde mich jetzt so konzentrieren. Was muss diesmal klappen? Von wo kommt's? Von da, ne? Ja, okay. Oh mein Gott, das fängt direkt so belastend an. Die waren so dicht aneinander direkt. Was? Hier kommen Früchte? Seit wann ist das so? Seit wann ist das so? Ich glaube, ich fange jetzt an zu laufen. Ich glaube, das ist eventuell der Trick. Alter, das mit den Früchten ist, das ist richtig unfair. Das ist richtig unfair. Ja, okay. Ich habe einfach Angst, dass der Boden gleich runter bricht. Oh Gott. Können wir ein paar mehr ausscheiden? Meine Güte. Das kann doch nicht. Er ist zwei von neun ausgeschieden. Oh nein, die Beere. Oh nein, oh nein. Oh mein Gott. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Okay. Beere ausweichen. Dem Ding hier ausweichen. Wann fängt denn der Boden an runterzubrechen? Oh Gott, wird das schnell inzwischen hier? Ja, qualifiziert. Ich habe den Modus geschafft. Ich habe den Modus einfach geschafft. Ich habe es euch gesagt, Leute. Ich konzentriere mich. Bin voll fokussiert. Ich will. Ich will die Krone. Und wir kommen nah ran. Top 15. Ah, Top 10 ist mein Ziel. Ich will nicht zu hoch brokern. Ich sage nicht, dass die Krone mein Ziel ist. Mein insgeheimes Ziel ist sie natürlich. Aber jetzt kommt was Gutes. Was Gutes. Bitte, bitte, bitte. Bitte nicht irgend so ein Mist jetzt. Springparty. Was ist das denn? Das kenne ich nicht. Springe durch die Reifen, um Punkte zu erzielen. Okay. Okay. Damit kann ich eventuell leben. Besser, als werde von irgendwelchen Hindernissen abgeschossen. Äh, von irgendwelchen Sachen abgeschossen. Nicht Hindernissen. Weiche Hindernissen aus. Ja, okay. Damit kann ich leben. Ja? Doch. Da sehe ich mich. Springe durch die Reifen, um Punkte zu erzielen. Alles klar. Besser bei jeder gegen jeden. Oder gibt es hier Teams? Und was sind die Tore? Wo sind denn die Ringe? Wo bleiben die Ringe? Da kommen sie. So, die Hohnen bringen mehr, ne? Oh mein Gott. Ich habe mein Leben verkackt. So, den haben wir. Ey, komm. Komm. Den habe ich auch. Oh, das ist nicht gut. Komm. Nein. Warum treibt mich das ab? Ey, komm. Was ist das für ein Scam? Was ist das für ein Scam? Ich habe zwei Punkte. Ja. Ja. So nämlich. Ich brauche unbedingt einen gelben. Hier. Ich brauche den gelben. Ja. Oh, ich bin nicht gut, Leute. Ich sehe das richtig, dass ich nicht gut bin. Hier, der Doppelte. Ich kriege keinen von beiden. Das ist so eine Frechheit. Ja, komm. Nein, die Plattform. Ich bin nicht gut, Leute. Ich habe nur 6 von 15 Punkten. Ich qualifiziere mich nicht. Ja. Ja, 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 ja. Okay, der war wichtig. Nein, den kriege ich nicht. Okay, das macht keinen Sinn. Den schaffe ich auch nicht mehr. Verdammt. Okay, nee. Ich muss wieder hier hin. Den brauche ich. Der ist wichtig für mich. Der ist wichtig für mich. Ja. Sehr gut. Und der direkt hinterher. Okay, 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 okay. 11 von 15. Ah, ich werde es nicht schaffen, Leute. Ich werde es leider einfach nicht schaffen. Ja. Ja. Den noch. Ja. Und jetzt noch den. Come on. Da ist das Ding. Da ist das Ding. Drin nämlich. So geht es nämlich, Leute. Was ist das für eine Runde? Boah, da habe ich aber auch so gesweatet gerade. So, jetzt will ich sehen, wie sie alle rausfallen. Halt. Wie viel sind wir noch? Wir sind nur noch 11. Ist schon Finale jetzt? Könnte schon Finale sein, ne? Oh je, den Modus habe ich noch nie gespielt. Eine Hexrolle. Der ist, äh, der ist nicht ohne. Der ist nicht ohne, der Modus. Der letzte, der runter bricht, äh, ach, das wird schwierig. Das wird schwierig, Leute. Vor allem, weil ich es noch nie gespielt habe. Hier schön Leuten Wege abschneiden. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss in den blauen Bereich. Oh mein Gott. Ich muss hoch. Was passiert hier? Oh nein. Wie ist das passiert? Warum bin ich so schnell runtergefallen? Boah, nee. Hundralauf. Alles klar, wir haben, glaube ich, noch nie gespielt. Ähm, ich glaube, ich mache das mit den drei Versuchen doch nicht immer. Weil wenn wir jetzt so einen langen Versuch haben, wie eben, wo ich bis ins Finale gekommen bin, dann wird das Video ein bisschen lang. Ich mache jetzt aber noch einen Try und wir gucken einfach, wie weit ich komme. Und so lange wird dann die Folge. Ha! Das ist der Trick. Okay. Okay. Das ist ein Parcours. Okay. Ein Schneeparcours. I get it. Oh, der ist... Ja, okay. Okay. Das Ende da könnte interessant werden. Ah, okay. Alles klar. Wenigstens bin ich diesmal relativ weit vorne. Das ist schon mal gut. Oh Gott, da kommen die Schneebälle. Nein, und der trifft natürlich wieder genau mich. Wieder so typisch, Leute. Hoppa. Okay. Das hier ist ja eigentlich relativ easy. Den kann man ja einfach ausweichen. Jetzt. Ah! Oh! Ja, okay, aber ist egal. Ist egal. Jump! Ja, das war gut. Nein, ich da... Och, ich bin so blöd. Ich laufe außen lang. Ich laufe außen lang. Das war dumm. Ich hätte direkt außen rumlaufen sollen. Ich habe den Modus halt noch nie gespielt. Oh, das ist nicht gut. Ich bin echt sehr, sehr weit hinten. Okay, der Wind schubst einen hier. Das ist frech. Nein, und er katapultiert mich. Und er muss komplett von vorne anfangen. Nee, okay. Okay, Gott sei Dank. Qualifiziert. Boah, war aber kurz close. War kurz close. Torhunger, okay. Den haben wir vorhin schon gut gemeistert. Mal gucken, ob das jetzt auch was wird. Ich hoffe es. Echt? Man merkt auf jeden Fall, dass ich besser geworden bin, seit ich jetzt seit zwei, drei Tagen spiele. Im Vergleich zur Folge gestern, finde ich, merkt man schon deutlich, dass ich ein bisschen was dazugelernt habe. Aber ich bin immer noch weit von der Krone entfernt. Und das gefällt mir ganz und gar nicht. Sie ist das Goal. Die Krone ist das Goal. Dieser Videoreihe hier. Okay. Okay, ich starte komplett vorne. Ich gehe direkt hier lang. So, dann hier lang. Ja, fängt erstmal gut an. Das ist auch okay. Nein, das war nicht so gut. Okay. Weil die braucht wieder so lange. Warum braucht die so lange? Manchmal machen die mit Absicht. Zu baden. Ach, verdammt. Okay. Okay, 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 okay. Okay, easy qualifiziert. War gut. Aber ich hätte jetzt auch, wenn ich jetzt noch einen Versuch gebraucht hätte, wäre es knapp geworden. Oh, das ist das Leben. Oh mein Gott. Auf der Ziellinie outplayt. Das tut weh. Mann, ich will den Pferde skinnen. Wo ist Falt? Alles schön. Wie viele sind wir noch? 29. Okay. Frostspitze. Oh je. Oh je, das sieht hart aus. Das sieht hart aus, Leute. Die Frostspritze. Spritze. Die Frostspritze. Die Frost. Frost. Alter. Boah, das wird ein weiter Weg. Das wird ein weiter Weg, Leute. Und ich bin noch nie gelaufen in den Parcours. I'm scared. Ne, ich gehe da lang. Ich gehe lieber hier lang. Oh Gott, der Wind. Nein. Okay, springen hilft sogar echt. Ich muss da lang. Okay, es kommen halt nur 15 weiter. Das ist echt belastend. Komm. Komm. Ja, da ist das Ding. So, jetzt einfach nur nicht von Schneeball erschlagen werden. Einfach Stück für Stück. Okay, hier können wir einen Run machen. Hier können keine Schneebälle kommen. Das ist der Vorteil. Auf der Seite. Ja, renn durch. Ja, so. Da ist das. Ja. Ja. Nein. 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 Ich war so gut. Okay. Alles gut. Alles gut. Schaffen wir. Schaffen wir. Boah, Leute. Ey, das Spiel macht mich Curry. Ich sag's euch. 15 Leute noch. Wir nähern uns wieder dem Finale, Leute. Ich sag's euch. Wir kommen nochmal. Wenn jetzt nicht der Modus kommt, den ich nicht kann. Bis jetzt wurde ich verschont. Aber ich hab Angst, was jetzt kommt. Bitte, bitte, bitte. Sei auf meiner Seite, Spiel. Ja, okay. Ja. Springparty kann ich mit leben. Ist nicht der beste Modus, aber kann ich mit leben. Alles, wo ich nicht runtergeschossen werde, bin ich Freund von. Okay. Ah, das wird nicht easy. Das wird nicht easy. Boah, hier auf dem... Und viele. Wir sweaten direkt auf die Orangenen. Nein. Warum tun die das? Oh mein Gott. Dann brauch ich wenigstens den. Ich bin doch durch. Ja. Warum zählt das nicht, wenn ich den berühre? Zählt das nicht, wenn ich den berühre? Jetzt. Alter. Warum zählt das nicht, wenn ich den berühre? Oh, das wird nichts, Leute. Das wird nichts. Ganz schlecht, die Runde hat ganz schlecht angefangen. Okay, alles klar. Das können wir vergessen. Das kann ich vergessen. Okay, hier kommen zwei. Warum blocken die mich dann? Genau dann, wenn ich durch muss. Jetzt hat es gezählt. Ein Witz. So, nämlich. Jetzt hört auf, mich zu blocken. Oh mein Gott, macht mich das sauer. Oh mein Gott, macht mich das sauer, dass sie mich alle wegblocken. Das wird nichts. Das wird nichts. Ich werde zu hart geblockt, ne? Jetzt gib mir, von unten zählt nicht. Das riskieren wir mal lieber nicht. Okay, der. Den brauche ich. Hör auf, mich jetzt zu blocken. Nein, der war noch zu früh. Spring durch. Ja, okay. Das wird so lächerlich. Das wird so lächerlich. Komm. Oh, das kann nicht wahr sein. Nein, das kann nicht wahr sein. Oh no, ich bin so raus, ne? Nein, das war so close. Schade, Leute. Schade. Ja, der Modus ist ätzend, sag ich mal. Der ist ätzend. Aber es gibt schlimmere. Egal, Leute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen hoch, damit es auch mal wieder eine Folge von Paulgeist gibt. Vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Mach's gut. Ciao.